Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieso hast du keinen Freund? Er hat mein Herz gebrochen. Das hätte er nicht tun dürfen. Habt ihr das neue Beatles-Album gehört? Wir können uns nicht überflügeln lassen. Ich habe ganz viele neue Ideen. Neue Sounds, neue Instrumente. Glaubst du, wir kriegen hier ein Pferd rein? Wir haben mit allen gespielt. Sinatra, Elvis, aber du, du haust uns richtig um. Wenn Sie sich weiterhin mit ihm treffen wollen, sollten Sie wissen, dass Sie es mit einem wirklich kranken Mann zu tun haben. Ich höre Stimmen. Ich konnte es dir nicht sagen, weil ich Angst hatte, dass du mich verlässt. Die Stimmen in deinem Kopf sind Teil des Songs? Herr im Himmel. Sie sind Teil der Musik. Du bist nicht hungrig. Du glaubst nur, dass du Hunger hast. Aufhören! 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 Brian, Zeit für deine Pillen. Komm schon. Sie müssen mir alles erzählen. Ihre Gedanken, ihre Gefühle, seine Gedanken, seine Gefühle. Sie bekommen von mir einen einzigartigen Zugang. Er ist mein Vormund. Er beschützt mich. Er gibt dir zu viel davon. Kannst du schwimmen? Es wird ihm nicht möglich sein, Sie weiterhin zu sehen. Das können Sie nicht tun, Gene. Doch, das kann ich. Ich muss fünfmal am Tag zu mir sagen, ich liebe dich. Funktioniert das? Ich weiß nicht. Manchmal wünschte ich, ich könnte es jemand anderem sagen. Ich möchte nicht noch jemand in deinem Leben sein, der was von dir will. Also werde ich weggehen. Warum kann ich nicht mit dir zusammen sein, Gene? Aus dem gleichen Grund, aus dem du mit niemandem zusammen sein kannst. Ich werde das hier anfechten und ich werde dich vernichten! Du musst einen Weg zu dir zurückfinden. Wir beide gehen jetzt von hier weg und alles wird sich ändern.